einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video ich habe eben online geschalten das video wo wir den arbeitsspeicher ausgepackt haben jetzt möchte ich mit euch noch den arbeitsspeicher mal angucken welche möglichkeiten ihr da zur verfügung habt ich habe auch das gröbste licht ausgemacht damit man den arbeitsspeicher besser sehen kann und hier ist das programm findet ihr auch den link dazu in der video beschreibung ich werde aber auch am ende des videos noch zeigen wie ihr da hinkommt und dann haben wir hier oben fragezeichen zahnrad und dann halt verkleinern und weg machen und hier ist halt auch der link also das gucken uns dann nachher an das kann ich euch hier leider nicht zeigen das ist die temperatur dass man da so ein widget aufrufen kann aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht also da kann ich machen was ich will irgendwie klappt das nicht also das ging mal aber dann ging es nicht mehr jetzt seit zwei wochen oder so ich hatte ja vorher nur zwei drin jetzt habe ich vier drin ja und dann halt hier software timing an und das beim starten die software startet damit auch der ram denn so leuchtet wie man sich das einstellt ihr könnt ihr auch dann umbenennen wie gesagt bei mir sind halt noch drinne weil ich vorher ja nur zwei drin hatte 1 1 1 2 und dann ja wenn ihr nur ihn habt dann ist nur er drinne bei zwei zwei und bei vier logischerweise wie bei mir vier ihr habt ihr dann bei spdata die übersicht über eure rams hier wird die firma angezeigt ddr ram 4 16 gigabyte dann die bezeichnung des rams also ganz lange nummer dann vier banks rang 2 und 64 gigabyte und dann seht ihr auch noch ein bisschen was zur geschwindigkeit dann haben wir temperatur und das wird eigentlich denn hier irgendwo angezeigt wenn man das an macht was bei mir mal funktioniert hat und der jetzt halt nicht mehr und dann seht ihr halt so die temperatur brauche ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht ich will die temperatur nicht überwachen also einfach funktionieren und damit glücklich und dann haben wir hier die möglichkeit jetzt sachen einzustellen ich habe jetzt auf standard das heißt sie kann ja alles einstellen wir können auch noch verschiedene zonen dann einstellen ihr seht da kommt da jetzt gerade wieder der speed ist kann die kann man halt noch niedriger machen oder höher wir sind auch beim obersten ich habe einfach mal alles blau gemacht damit man nicht besser sieht wie der sich denn jetzt verhält jetzt müsst ihr gleich was machen dann seht ihr gleich dass das da dunkler wird zack und geht es weg und dann kommt so gleich wieder ich kann mal den speed vielleicht noch ein bisschen erhöhen dann geht es ein bisschen schneller dann haben wir viel da geht es dann von oben nach unten die ganze zeit dann aber ständig da bautet dann übereinander auf bis es dann weg geht ja die kamera p geht dann immer wieder durch den autofokus will sich da immer wieder reinpegeln so dann da bist du da sind sind zwei und das und dann wird dann nach und nach header dann haben wir mount dann die zeit hoch und runter so wie bei kit dann das also als wenn kit quatscht wie im cockpit falls leute überhaupt noch kit kennen das ist ja ein etwas älter so dann haben wir das color step farben da kann man jetzt hier auch nichts einstellen ihr seht dass er grau ist und dann haben wir wasserfall da können wir jetzt wieder einstellen da seht ihr auch das jetzt so von dann haben wir flashing das ist einfach nur an aus an aus static bis halt an da kann man auch kein speed einstellen die wir haben auch noch hier die helligkeit also ich mache das mal komplett aus und dann so seht ihr dass das jetzt peu a peu heller wird bis ganz hinten ganz hell der ist wirklich extrem hell muss ich sagen ist gut und ihr könnt aber auch wenn ihr jetzt zum beispiel film ihr wollt diese fallen haben ihr wollt dann halt ein rot haben ein oder grün haben ein oder blau haben und ein wollt ihr weiß haben dann sieht das so aus also ihr müsst ihr seid nicht darauf angewiesen dass ihr überall die gleiche farbe nimmt ihr könnt jeden oder auch den gleichen rhythmus oder so ihr könnt jetzt hier nochmal eins nehmen wir dieses und mit rot jetzt sieht so langsam aus dann machen wir mal fallen so zwei nehmen wir stack und grün lassen wir drin und das blau und double und drei weiß mit das so dann habt ihr hier verschiedene effekte das sieht natürlich kunterbunt und kreuz und quer aus kann ja dem ein oder anderen gefallen aber mir gefällt es ehrlich viel besser stack und stack bunt ach so ich muss alle machen so alle stack und bunt also das hier fällt mir eigentlich am schönsten das passt auch zur wasserkühlung weil die ja auch bunt ist das baut so aufeinander auf ihr seht jetzt leider weil die durch die kamera unten sieht man nur lila und dass es dann halt mehr lila wird das ist gar nicht so viel lila da unten das ist blau so ein helleres blau was darauf aufgebaut wird das kommt aber durch die kamera leider nicht so schön zur geltung so und das programm bekommt ihr auf der ballistik tactical seite ich schiebe das mal hier hoch wir machen mal kurz die cam aus dann könnt ihr das auch vernünftig sehen wie gesagt ballistik ballistiksgaming.com und dann geht ihr einfach auf den arbeitsspeicher den ihr habt ihr gibt den auch ohne rgb wir haben ja den mit rgb da gehen wir rauf und produkt anzeigen und dann können wir uns ja eine zu durchlesen und da haben wir den download bereich und da können wir drunter laden wir können aber auch wenn wir auf der hauptseite sind einfach auf downloads gehen mehr erfahren und hier download anklicken so einfach ist das und dann bekommt ihr das dann packt ihr das und installiert ist und dann funktioniert das auch für die msi leute also für die msi besitzer so wie mich leider also ich bin mit msi nicht mehr zufrieden kann sage ich euch so wie es kann ich euch auch noch was zeigen ich muss die kamera noch mal an machen was ich euch aber nicht so empfehlen wer kann weil ich hatte damit echt probleme so ihr seht ihr jetzt den arbeitsspeicher und wie waren eingestellt haben wir haben im mystic light jetzt auch die möglichkeit den arbeitsspeicher einzustellen den habe ich hier aus weil sonst kann es probleme geben mit den normalen einstellungen die ihr im programm vom arbeitsspeicher macht also in diesem mod tool da kann es probleme geben wenn ihr also da müsste bevor er mod an macht hier auf arbeitsspeicher aus und dann übernehmen weil sonst kann es da wirklich probleme geben das hatte ich zum beispiel dann das kennt er ja mit eurem board und dann habt ihr hier so ein paar möglichkeiten leider kein rainbow oder sonst irgendwas dergleichen aber wenn ihr das mainboard und den arbeitsspeicher zusammenschaltet so wie jetzt dann seht ihr ja hier den pc sozusagen und hier den da ist der pc und hier das andere alles dann habt ihr viel mehr auswahlmöglichkeiten hier an der seite und da könnt ihr zum beispiel auch sagen farbwechsel übernehmen müssen wir jetzt kurz warten und dann werdet ihr sehen dass wir sogar einen farbwechsel auf einem msi board mit den geräten kriegen die wir an bord direkt angeschlossen haben da müssen wir ein bisschen warten dann kommt da halt der farbwechsel grün jetzt sieht auch so ein bisschen weiß aus ist aber eigentlichen grün so gerade dunkler wir können ja auch mal das machen so und dann seht ihr hier wie sich die farben ändern und das ist heller und dunkler wird wir können auch rainbow machen und machen wir mal ein bau da sieht man sieht man das wirklich besser seht ihr die farbenwechsel und das funktioniert aber ich hatte mal probleme damit dass ich wenn ich ja mystic light dann geschlossen habe und ich konnte bin nicht mehr mystic light reingekommen ich musste mystic light komplett deinstallieren wieder neu installieren und dann ganz schnell hier die haken rausnehmen und auf übernehmen klicken dass ich oder beziehungsweise ausmachen übernehmen klicken dass hier kein licht an ist dass mystic light dann wieder gestartet ist wie jetzt mit dem neuen update ist das kann ich euch bei besten will nicht sagen das habe ich jetzt noch nicht getestet ich habe es heute erst installiert jetzt aktuelle mystic light weil ich hatte vorher einfach immer nur blau außen herum aber so mit dem blinken und so die fällt mir schon mal schön vielleicht lasse ich das ja auch drin dann haben wir noch dieses können wir machen da geht es nur so an und aus also das ist jetzt nicht so was mir fällt musik haben wir noch dann haben wir noch das können wir übernehmen machen was da passiert können wir sagen blau und wir wollen schöne kräftige blau so jetzt hat er übernommen die arbeitsspeicher blau alle anderen leds blau wartet ihr fällt mir nicht atmen blinken das ist alles keine animation dann können wir einfach nur sagen dass alle blau leuchten soll denn ist alles in der gleichen farbe ja unten die aber media die ist bunt die kann man nicht einfarbig machen aber ich bevorzuge es ehrlich gesagt so weil da bin ich auf auf der sicheren seite dass es definitiv funktioniert seht ihr hier schon wieder das nächste problem ich bin auf mainboard und der sagt mir aus ich sage aber keine animation also da steht es jetzt eigentlich aber ihr seht ihr dass das licht an ist sicherheitshalber mal übernehmen und blau übernehmen den ram der steht auf aus ihr seht aber dass er an ist können wir uns dann gleich noch mal angucken machen wir nochmal aus und wir hatten ja hier rainbow und ihr seht da ist nur blau da ist kein rainbow kein nichts das ist weil mystic light da rein gefunkt hat also machen wir hier einfach nochmal gehen wir auf einen arbeitsspeicher dann sagen wir alle und zack ist jetzt schon wieder bunt und das finde ich auch ganz schön wenn es bunt ist da kommen dann noch verschiedene farben können wir auch eigentlich mal anlassen dann könnt ihr das auch speichern dann machen wir mal drei ich habe hier verschiedene profile wie mir die farben halt gerade mal so gefallen haben optionen haben wir noch dann können wir dann halten speichert wieder zurückholen und das war eigentlich soweit wie gesagt mystic light müsste aufpassen mit aurora soll es besser funktionieren aber mystic light ist halt naja nicht so toll und mit meinem msi bin ich sowieso nicht zufrieden kann ich euch auch mal zeigen das manager also das jetzt hier mal der task manager den packe ich euch mal hier dazu leistung und ihr seht ich habe hier oben 64 gigabyte 63,9 51,9 werden für betriebssysteme genommen ich habe vier bänke belegt ich habe 2800 megahertz das sind 3000 megahertz ram ich kann aber die 3000 megahertz mit meinem bord nicht fahren also nicht mit vier mit einem kann ich 2933 also den gaming den xmp musst x amp modus wie der heißt kann ich machen ich kann 3000 einstellen ich kann 3066 mehr habe ich mich nicht getraut einzustellen bis 3066 kein problem mit einem arbeitsspeicher auch mit zweien gar kein problem überhaupt keins sobald ich vier arbeitsspeicher drin habe ist 2800 das höchste der ich fühle 2933 verkraftet da auch startet auch kackt mir aber regelmäßig ab das heißt wenn ich gucke gerade ein youtube video oder so und habe nebenbei noch mein mail programm offen abgekackt schwarzen bildschirm mit mit einem ton vielleicht noch abgekackt muss ich neu starten manchmal kommt auch ein blauer bildschirm und dann steht da hier probleme windows hat probleme festgestellt wir müssen neu starten in so und so vier sekunden starten war neu kann man aber dann die drückt halten den powerknopf und selber neu starten mit 2800 habe ich überhaupt keine probleme läuft stabil alles drum und dran aber ja 3000 geht halt nicht 2933 geht auch nicht also geht schon aber nicht lange stabil ich weiß nicht wo da der fehler ist ich denke mal es ist mein bord was mir da ein strich durch die rechnung macht das habe ich ich habe auch schon mit einigen geschrieben die auch msi haben die haben alle probleme seit mit der neuen generation also ich habe das x470 gaming pro und ich muss mal hier nochmal licht wieder anmachen sieht schöner aus zack und die haben alle die ein oder anderen probleme und ich habe eigentlich msi genommen weil ich dachte mensch das ist eine alte gute firma die haben lange schon gute produkte gemacht mit dem ram wusste ich gab es mal probleme soll wohl dann behoben worden sein mit den nächsten generationen bei mir leider nicht ich habe auch keine möglichkeit mein bios abzudaten ich bin auf der aktuellsten bios version aber trotzdem funktioniert es nicht ich kann euch auch bei bestem willen nicht sagen warum wenn jemand von euch da noch eine idee hat kann mir da ja mal ein paar ideen zu schicken vielleicht habe ich irgendwann auch nur übersehen ich weiß es nicht ich habe auch die spannung angehoben ich habe die spannung auf automatisch gesetzt vom arbeitsspeicher dass er sich die selber nehmen kann auf dem arbeitsspeicher direkt steht drauf dass er 3,1,35 volt hat wenn ich die Funktion auf auto mache dann nimmt er sich alleine schon im schnitt so 1,44 1,43 so im schnitt tendierter ich habe auch schon gedacht dass ich es mal hochsetze auf 1,50 oder 1,55 aber die zahlen sind rot und ich will den halt auch nicht gleich zerschießen oder durchheizen wie gesagt ich habe jetzt auf auto da sollte er sich eigentlich so viel nehmen wir aber auch funktioniert bis 2800 also dieses gaming profil x amp profil 1 ist 2800 so wie ich es jetzt hier habe profil 2 ich kann nur 2 bei mir einstellen also ich habe die möglichkeit aus oder profil 1 oder 2 habe ich 2933 das funktioniert nicht mit einem alleine ja mit 2 funktioniert es auch wie wie gesagt bis 3066 ohne leistungsabbrüche ohne schwankungen ohne dass er abbricht ohne irgendwas wirklich zuverlässig wirklich geil aber mit 4 leider nicht aber es ist wirklich nicht der ram ich habe alle ram durchgetestet ich habe jeden einzelnen ram drin gehabt und mit 3066 belastet also eingestellt und dann videos erindert ich habe youtube offen gehabt ich habe ganz viel gleichzeitig auf gehabt nichts abgekackt beim dann habe ich und das habe ich mit jedem einzelnen gemacht alle sind stabil dann habe ich es mit 2 gemacht auch stabil kann man machen was man will kriegt man nicht klein dann habe ich es die zwei herausgenommen die anderen beiden rein genau die gleiche stabil nichts abgekackt gar nichts dann habe ich vier reingemacht bumm weg mit 2933 startet er noch mit 3000 oder 3066 startet er nicht mal da kommt dann immer ein fehlermeldung und ja dann stellt sich die bios halt immer wieder selber zurück auf 2400 ist aber halt das bord da kann ich jetzt leider nichts machen und kann euch das auch leider nicht ein zeigen wie man das einstellt wenn ihr auch ein msi x470 gaming pro habt und bei euch das gehen sollte und ihr habt vier rams drin und habt alle vier auf 3000 hochgesetzt dann könnt ihr mich ja mal kontaktieren das würde mich sehr freuen ich würde jetzt hier erstmal schluss machen wir sehen uns ich denke mal in ein zwei wochen mit dem ram nochmal wieder ich werde jetzt noch ich habe gesagt ich hatte ja vorher zwei nur drinnen von dem gleichen ram weil ups ja der meinung war mensch wir spielen mal fußball mit einem paket und also zweimal mit das hatte jetzt läuft er ja jetzt laufen beide sehr stabil also vier und jetzt kann ich auch vier mal testen mit videos rendern alle drum und dran und dann kann ich euch in ein zwei wochen halt nähere dazu sagen und im gamingbereich wie er dann sich schlägt wenn wir irgendwas spielen zwei kann ich euch schon mal sagen ich habe zweimal 16 gigabyte der vorher drin gehabt die waren richtig gute sie konnte streamen ich habe nebenbei ein hangout auf ihr habt ich habe etliche fenster in google chrome auf ihr habt und alles ist reibungslos gelaufen also ich habe wirklich ganz viel nebenbei offen gehabt und überhaupt keine probleme wirklich stabil schnell alle drum und dran so jetzt bin ich aber wirklich weg lange genug das video wenn ihr da noch fragen habt oder sagt testet mal dies oder jenes einfach mal unter in die kommentare falls ich irgendwas mit dem arbeitsspeicher noch testen soll halt meine ich ich bin dann weg ich wünsche euch einen schönen abend tag je nachdem wann ihr guckt wir sehen uns im nächsten video bis dahin ahoi sagt euer odin o.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i